Lassen wir zunächst den Text auf uns wirken. Johannes schrieb in seiner Offenbarung, Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trugen, und sagte zu mir, Komm, ich zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt. Denn mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben, und vom Wein ihrer Hurerei wurden die Bewohner der Erde trunken. Der Geist ergriff mich, und der Engel entrückte mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit Gottes lästerlichen Namen beschrieben war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Auf ihrer Stirn stand ein Name. Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen. Der Engel aber sagte zu mir, Warum bist du erstaunt? Ich will dir das Geheimnis der Frau enthüllen und das Geheimnis des Tieres mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, auf dem sie sitzt. Die sieben Köpfe bedeuten die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Sie bedeuten auch sieben Könige. Sie werden mit dem Lamm Krieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Bei ihm sind die Berufenen Auserwählten und Treuen. Und er sagte zu mir, Du hast die Gewässer gesehen, an denen die Hure sitzt. Sie bedeuten Völker und Menschenmassen, Nationen und Sprachen. Du hast die zehn Hörner und das Tier gesehen. Sie werden die Hure hassen, ihr alles wegnehmen, bis sie nackt ist. Die Frau aber, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde. Welche Stadt ist hier gemeint? Wer ist die Hure Babylon? Welches Geheimnis gibt es da zu entschlüsseln? Diese Fragen haben Generationen von Denkern, Theologen und einfachen Bibellesern bis heute beschäftigt. Und das zu Recht. Denn die Antwort auf diese Fragen ist ohne Zweifel von zentraler Bedeutung, wenn man dieses letzte Buch der Bibel deuten und verstehen möchte. Um die Frage, wer mit der Hure Babylon aus der Offenbarung des Johannes gemeint sei, gab es daher im Laufe der Jahrhunderte bis heute ungezählte Dispute, Meinungen und Spekulationen. Diese begannen bereits in der Antike des zweiten Jahrhunderts, also fast unmittelbar nach der Niederschrift der geheimen Offenbarung auf der Insel Patmos um circa 100 nach Christus. Zunächst meldeten sich einige der frühen Kirchenväter zu Wort. In dem bereits erwähnten Zitat aus der Johannes-Offenbarung »Trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu« glaubten sie, das heidnische Rom zu erkennen. Denn dort wurden in der Zeit der frühen Kirche Christen und Kirchenanhänger immer wieder grausam verfolgt. Und in den sieben Bergen, auf denen die Hure Babylon sitzt, lassen sich unschwer die sprichwörtlichen sieben Hügel Roms wiederfinden. Hinweise auf diese zunächst naheliegende Deutung finden sich zum Beispiel beim Kirchenvater Irenaeus von Lyon 135 bis 202 und seinem Schüler Hypolit 170 bis 235 im 2. und 3. Jahrhundert. Und auch der römische Staatsmann, Gelehrte und Schriftsteller Cassiodor 485 bis 580 sah noch im 6. Jahrhundert die Dinge ähnlich. Und heute? Fragt man heute die Institutionen, Kirche und ihre Theologen, so sehen sie keinerlei Veranlassung, an dieser mittlerweile fast 2000 Jahre alten Einschätzung und Auslegung der Textstelle über die Hure Babylon etwas zu ändern. Die Hure Babylon, damit kann, so meinen sie, nur das alte antike Rom mit seinen Göttern gemeint sein. Doch die Sache hat einen Haken. Wenn man die Apokalypse des Johannes deutet, so muss man sie ganz deuten. Und am Ende seines Buches schildert der Seher Johannes gleichsam den Untergang der gesamten Zivilisation. Kann man die dramatischen Endzeitvisionen und weltweiten Katastrophen, die uns hier prophezeit werden, tatsächlich mit dem Untergang des alten heidnischen Imperium Romanum gleichsetzen? Genau das versuchen bis heute kirchliche Theologen, um diese uralte Deutung zu rechtfertigen. Doch haben sie damit recht? Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Autor der geheimen Offenbarung, dem Propheten Johannes. Für ihn war klar. Er schreibt über den letzten Zeitabschnitt auf dem Planeten Erde, in dem noch Mächte, die gegen Gott und seine Gebote gerichtet sind, über den Planeten und seine Bewohner herrschen. Und am Ende dieses Zyklus folgt, aufgrund von Katastrophen bisher nie gekannten Ausmaßes, der Untergang dieser Zivilisation. Und nach diesen unsäglichen Wehen ein Neuanfang in einem Friedensreich. Dies alles lässt sich jedoch mit der bereits vergangenen Geschichte des antiken Römischen Reiches wohl kaum vereinbaren. Die Frage ist, haben wir die Zeit der Umwälzungen wirklich schon hinter uns? Oder stehen sie der Menschheit erst noch bevor? Eines jedenfalls steht fest. Wir wissen heute mehr als die Kirchenväter des zweiten Jahrhunderts. Wir wissen, dass das Römische Reich inzwischen untergegangen ist, doch was ist dann an dessen Stelle getreten? Es dauerte viele Jahrhunderte, bis Menschen es wagen konnten, die Offenbarung des Seers Johannes Anders zu deuten, als die offizielle Lehrmeinung der Kirche es vorsah. Einer der ersten, die eigene Gedanken entwickelten, war der italienische Zisterzienserabt Joachim von Fiore. Er lebte von 1130 bis 1202 in Kalabrien und er sah in der Hure Babylon ein Symbol für die römische Papstkirche, deren Macht im Verlauf der Geschichte überwunden werden müsse, um ein Zeitalter des Geistes heraufzuführen, eine Zeit des Friedens unter den Menschen und der Versöhnung der Völker. Auf Joachim Fiores Ideen zurück geht die Entstehung eines strengen Zweiges der Franziskaner. Viele von ihnen wurden später auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Um 1260 entstand die Gemeinschaft der Apostelbrüder, welche die von Joachim von Fiore vorausgesagte Geistkirche zu leben versuchten. Sie waren Bauern und Handwerker, lebten zurückgezogen in den Bergen und predigten ein Leben in Armut nach dem Vorbild der ersten Apostel Christi, ohne weltlichen Besitz und festen Wohnsitz, in freier und geistiger Gemeinschaft. Sie übten radikale Kritik an der Verwältlichung der römischen Kirche und auch sie identifizierten die Papstkirche mit der Hure Babylon. Es gab sogar einen deutschen Kaiser, der solche Gedanken aufgriff. Kaiser Friedrich II. herrschte kurz nach Joachim von Fiore in dessen Heimat Süditalien. Seine Auseinandersetzung mit dem Papst führte dazu, dass Kaiser Friedrich schließlich den Kirchenstaat mit Truppen besetzte und den Vatikan zur Hure von Babylon erklärte. Die Institution Kirche als Verkörperung der Hure Babylon? Ist es das, was der Seher von Patmos im Sinn hatte? Auch für diese Sicht der Dinge lassen sich durchaus Indizien anführen. Die römische Kirche hat ihren zentralen Sitz bis heute auf den sieben Hügeln Roms und sie kann, in gewisser Weise, das bestätigen Historiker, als die Fortsetzung des römischen Reiches mit anderen Mitteln angesehen werden. Das geht bis in Details hinein. Die Verwaltungseinheiten des Römerreiches etwa hießen Diözesen und Dekanate. In der Struktur der römischen Kirche finden wir sie wieder. Die ersten Kirchen der Romkirche waren in ihrer Architektur römischen Kaiserpalästen nachgebildet und der Titel des Papstes, Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer, entspricht genau dem Titel des obersten heidnischen Priesters im alten Rom, den später die römischen Kaiser für sich beanspruchten. Und dieser Titel, Pontifex Maximus, wurde sinngemäß bereits im alten Babylon verwendet. Doch sehen wir weiter. Die Apostelbrüder wurden zwar von der kirchlichen Inquisition aufgespürt und hingerichtet, doch das Gedankengut Joachim von Fioris lebt weiter. Girolamo Savonarola Er wurde 1452 geboren und war ein italienischer Dominikaner, der 1482 zum Lektor am Kloster San Marco in Florenz ernannt wurde. Seine Predigten sollen so ergreifend und wortgewaltig gewesen sein, dass Zehntausende stundenlang geduldig warteten, um ihn im Dom zu Florenz reden zu hören. Er prangerte den Sittenverfall der Herrschenden und die Verderbtheit der päpstlichen Kirche an und prophezeite Gottes Strafgericht, falls die Menschen und auch die Prelaten sich nicht ändern würden. Dass Rom die große Hure Babylon sei, lasse sich unschwer an den 14.000 Prostituierten erkennen, die im Umfeld des Vatikan ihrem Beruf nachgingen, erklärte der Mönch beispielsweise. Der Papst versuchte Savonarola durch Verleihung der Kardinalswürde zum Schweigen zu bringen. Als dies nicht fruchtete, wurde er im Auftrag der Papstkirche gefangen genommen, schwer gefoltert, zum Tod verurteilt und als Ketzer zusammen mit zwei Freunden erhängt. Sein Leichnam wurde anschließend verbrannt. Er wurde also umgebracht, weil er etwas anderes anstrebte als eine Kirche der Macht und des Reichtums. So wie auch die franziskanischen Apostelbrüder, so wie die Glaubensbewegungen der Katara in Südfrankreich oder der Burgumilen auf dem Balkan, die im Mittelalter ein frei, Gottes Christentum ohne Dogmen und Priesterhierarchie anstrebten und deshalb ausgerottet wurden. Es waren Menschen, die die Bergpredigt des Nazareners ernst nahmen, der sagte, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Sie beherzigten also, dass Streit und Krieg schon in den Gedanken des Menschen ihre Wurzel haben und nur von dort her überwunden werden können. Und sie hielten Frieden nicht nur mit ihren Mitmenschen, sondern auch mit der Natur, indem sie zum Beispiel vegetarisch lebten. Auch die Anhänger der Bewegung der Täufer in Mitteleuropa strebten ein einfaches und friedvolles Leben an. Und sie wurden von beiden großen Konfessionen gleichermaßen verfolgt. Von der katholischen wie auch der lutherischen Kirche, die bis heute Kriege und Gewalt unter bestimmten Umständen rechtfertigen. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Das lesen wir in der geheimen Offenbarung. Könnten damit nicht auch die Opfer der Inquisition und der Hexenverfolgung in gemeint sein? Doch bleiben wir noch kurz in der Reformationszeit. Ein anderer Theologe, der durch seine visionäre Auslegung der apokalyptischen Bibelteile bekannt wurde, war Thomas Münzer. Er wurde 1484 in Stolberg im Harz geboren und war als Priester zunächst ein engagierter Anhänger und Bewunderer Martin Luthers. Münzer versuchte eine gerechtere Gesellschaftsordnung umzusetzen, indem er Privilegien für kirchliche Obrigkeiten aufhob, Klöster auflöste und dafür zum Beispiel Räume für Obdachlose schuf und darin Armenspeisungen einrichtete. Auch Thomas Münzer sah in der mit Purpur bekleideten Hure Babylon die römisch-katholische Kirche. Da vor allem die Bauernschaft jedoch weiterhin unterdrückt wurde, entschied sich Münzer letztlich für die gewaltsame Befreiung der Bauern in einer Revolution, was Luther entschieden abgelehnt hatte. Stattdessen rief Luther die Fürsten zur gewaltsamen Niederschlagung der Aufstände samt Hinrichtungen all derer auf, die er damit in Verbindung brachte. Am 27. Mai wurde so auch Thomas Münzer vor den Toren der Stadt Mühlhausen in Thüringen wegen seiner Beteiligung am Bauernaufstand enthauptet, sein Leib aufgespießt und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt. Mit der Überzeugung, dass das Papsttum die Hure Babylon der Bibel sei, war er sich jedoch mit den Reformatoren Martin Luther, Johannes Calvin und vielen anderen einig. Martin Luther etwa schreibt in einer Lutherbibel aus dem Jahre 1710 als Anmerkung zum Begriff der Hure Babylon Wahre Beschreibung der römischen christlichen papistischen Kirche. Weiter bemerkt er, dass es sich hier um die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden handle. Er schreibt auch, dass die sich in viele andere Orte fortpflanzen werden. Ähnliche Gedanken äußerten auch Philosophen der Aufklärung wie Gotthold Ephraim Lessing. Noch im 19. Jahrhundert wurde im Protestantismus die Romkirche weiterhin als Hure Babylon bezeichnet. Soweit ein kleiner Streifzug durch die Geistesgeschichte. Doch auch wenn man nicht so weit gehen will, wie zum Beispiel Luther oder Savonarola, die Hure Babylon rundweg mit der Kirche gleichzusetzen, so bleibt die Apokalypse des Johannes dennoch ein Stachel im Fleisch der Kirche. Jedenfalls dann, wenn sie mehr ist als ein skurriles Gebilde, das sich auf die Zeit der Antike beschränken lässt. Falls sie nämlich für unsere Zeit gilt und für die Zeit, die uns noch bevorsteht, dann kündet dieses letzte Buch der Bibel nichts geringeres an als den Zusammenbruch unserer derzeitigen Zivilisation. Es ist eine Art Götterdämmerung einer rein auf die Materie ausgerichteten Welt, deren Götter der Profitgier, der Eigensucht und der Rücksichtslosigkeit in den Abgrund stürzen. Und die Kirchen müssen sich fragen lassen, welche Rolle sie bei der Entstehung dieser Welt gespielt haben und noch spielen. Denn die großen religiösen Institutionen sind immer schon aufs Engste mit den jeweiligen Machtverhältnissen verwoben. Sie haben unermesslichen Reichtum angehäuft und lassen sich dennoch in Staaten wie Deutschland zusätzlich noch von den Steuerzahlern aushalten. Und etwas weiteres kommt hinzu. Die drohende Klimakatastrophe, vor der wir stehen, hat als eine der Hauptursachen eine maßlose Ausbeutung der Natur und der Tiere. Doch woher kommt die Naturverachtung vor allem der westlich geprägten Zivilisation, die im Zuge der Kolonialisierung ihren brutalen Siegeszug um die Erde angetreten hat? Woher kommt es, dass Tiere und Pflanzen als reine Sachen angesehen und entsprechend behandelt werden? Auch diese Naturverachtung hat letztlich ihre Wurzeln in der Geschichte der Kirchen, die den Menschen als angebliche Krone der Schöpfung aus seiner Verbundenheit mit der Mutter Natur herausrissen und alle religiösen Bewegungen verfolgten, die den Geist Gottes in allem Sein bejahten und sich dementsprechend verhielten. Können sich die Kirchen dann von jeglicher Mitschuld an den bevorstehenden Ereignissen freisprechen oder, wie es der Seher von Patmos formuliert, von ihren Sünden? Im Kapitel 18 lesen wir, Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Er hatte große Macht und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit gewaltiger Stimme, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Durch die Fülle ihres Wohlstands sind die Kaufleute der Erde reich geworden. Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen, Verlasse die Stadt, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst an ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Denn ihre Sünden haben sich bis zum Himmel aufgetürmt, und Gott hat ihre Schandtaten nicht vergessen. Martin Luther übersetzte diese Stelle so, Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Weiter schrieb Johannes, die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und in Luxus gelebt haben, werden über sie weinen und klagen, wenn sie den Rauch der brennenden Stadt sehen. Sie bleiben in der Ferne stehen aus Angst vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du mächtige Stadt. In einer einzigen Stunde ist das Gericht über dich gekommen. Auch die Kaufleute der Erde weinen und klagen um sie, weil niemand mir ihre Ware kauft. Und alles, was prächtig und glänzend war, hast du verloren. Nie mehr wird man es finden. Deine Kaufleute waren die Großen der Erde, deine Zauberei verführte alle Völker. Aber in ihr war das Blut von Propheten und Heiligen und von allen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Die Propheten haben zu allen Zeiten gewarnt. Doch sie wurden mundtot gemacht. Nun bricht ein Wirtschaftssystem zusammen, das, so würden wir heute sagen, zum großen Teil auf Ausbeutung gegründet war. Auf Ausbeutung von Menschen und auf Ausbeutung der Tiere und Naturschätze. Und diese Ausbeutung wurde durch die Geschichte hindurch meist durch die jeweilige Priesterkaste legitimiert. Irrt euch nicht. Gott lässt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Ursachen, die sich über viele Generationen von Menschen angesammelt haben, kommen eines Tages zur Wirkung. Dieses Gesetz von Saat und Ernte wurde jedoch von den Theologen meist verschwiegen und durch die Lehre ersetzt, dass nur ein richtiger Glaube für das Seelenheil nötig sei und dass dem gegenüber das rechte Tun nicht entscheidend sei. Doch führt dies nicht letztlich zu einem Freibrief für alle Arten von Übeltaten? Von Übeltaten, für die ja dann später eine priesterliche Absolution, eine angebliche Lossprechung von Sünden möglich sei? Auch die Lutherkirche verfolgte in großem Stil Frauen und Männer, angebliche Hexen und Zauberer, für die es nach peinlicher Befragung und erschrecklichen Folterqualen keinen drinnen gab. Auch diese Verbrechen sind noch weitgehend ungesühnt. Und viele Täter glaubten, sie müssen die Verantwortung für die Folgen nicht tragen, weil es gerade in ihrer Religion immer wieder hieß, der Glaube allein genügt. Somit würde Martin Luthers eindringlicher Aufruf auch für seine Nachfolger gelten und sie müssen sich ebenfalls an den Worten Luthers messen lassen, wenn dieser schreibt, dass man von dem geistlichen Babel ausgehen, das heißt, die falsche Religion verlassen soll, damit man nicht in ihr schreckliches Gericht falle. Die Begründung dafür ist für den Seher Johannes eindringlich und klar. Wer innerhalb Babylons verbleibt und wer die Hure aus welchen Motiven auch immer unterstützt oder sie verteidigt, der macht sich mitschuldig an ihren Sünden. Die Folge ist, auch er wird von den negativen Wirkungen von dem Fall Babylons und den dabei ausbrechenden Plagen getroffen werden. Dies erinnert auch an den Untergang der Stadt Sodom im Alten Testament, aus der sich der rechtschaffende Bürger Luth und seine Familie aufgrund einer ähnlichen Warnung in letzter Minute entfernten.